Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe die Idee gehabt, das Logo neu aufzuleben zu lassen vom Tropica aus den 80ern hier in Hemsbach. Wir haben das in den Shop eingebunden. Es wurde wirklich sehr gut verkauft. Pullis, Caps, Tassen, Mützen, Aufkleber. Den Erlös vom Shop, 600 Euro, habe ich heute dem Herrn Bentin, persönlich der Sohn des Gründers damals vom Tropica, überreicht. Das Geld geht jetzt raus an die Deutsche Kinderkrebshilfe. Wir haben jetzt gemeinsam mit der Aktion die 60.000 Euro seit dem 12.05.18 geknackt für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Ich danke euch im Namen von SciFi4Charity.